Mädels, bis morgen müssen wir den Eierberg fertig haben. Guck mal, Tato! An einem geheimen Ort, mitten im Wald. Das goldene Ei hat gewählt. Ich bin Meisterhasenkandidat. Der Stadthase? Die sorgen dafür, dass jedes Kind ein Osternes trägt. Erwartet junge Hasen eine besondere Ausbildung. Wer Meisterhase werden will, muss Verantwortung übernehmen. Auf jeden. Doch ihre Feinde lauern ganz in der Nähe. Das ist die Zukunft. Wir verstecken Eier und werden geliebt. Weil wir so nett sind. Ich kann euch helfen. Du bist doch selbst ein Hase. Ich weiß, wie man an die Eier rankommt. Das ist der Hühnerberg. Von da klauen wir morgen die Eier ab. Wer gebliebt. Jetzt müssen die Hasen ungeahnte Wege gehen. Der Kraftbündler. Wir können doch Hilfe gut gebrauchen. Aber doch nicht von einem Fuchs. Ach, Fuchs! Am Hühnerberg! Könnt ihr jede Fede lassen? Durch und durch Vertrauen fassen. So findet ihr zu einer Kraft, die niemand je zuvor geschafft. Vertraust du mir? Durch und durch. Vielleicht muss ich jetzt ein Fuchs mit einem Hasen verbünden, um Ostern zu retten. Zusammen. Ja, zusammen. Ha! Aus die Busse! Die Häschenschule. Der große Eierklau. Meine schönen Eier zerdeppern. Wer denkt sich denn so ein Blödsinn aus? Servus! Im Kino. Im Kino.